Ein Spiel gewonnen, ich glaube, es geht los. Ja, ich dachte, du hast noch keine gemacht. Rechtheit. Ja, genau. Abends um 18.30 Uhr ein Spiel. Der Flemming hat das mal gehabt. Echt? Da hat man ganz nach bloß Mix gespielt. Da ist sie, glaube ich, in der ersten Runde rausgefahren. Da hat ihn die Eva, Eva Maria Meier aus Schraubhausen, versenkt. Genau, oder? Ja. Mix, oder? Im ersten Spiel hat er mit der Brickel, kennst du, ne? Hat er Mix gespielt. Und die hatten bei 9 beide zwei Aufstechen, die wir haben gehabt. Na ja, zumindest noch Probenerster. Und dann war das, glaube ich, das erste Spiel, was er gehabt hat. Und auch noch gegen Bachatz. Hat er verloren, oder was? Ne, das hat er schon gewonnen, aber ist unangenehm jetzt. Und das ganze Nacht bloß rumsitzt. Und dann... Also, bis morgen. Ja, bis morgen. Schlaf gut. Schau mal, dass du so schlafabtrickst. So, da haben wir Matchball, die Kutzner, Kauter, sind 3 zu 1. Einer ist noch ewig geblieben. Jetzt ist keiner mehr. Set. Komm gắt. Kommt! 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 Applaus 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 Und dann gibt es hier 25 Besatz Applaus 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 Applaus